Guten Morgen! Ich und die Kamera am frühen Morgen, ne? Ich hätte gerade übrigens fast, statt die Szene zu wechseln, auf Aufnahme beenden gedrückt. Das wäre mal ein guter Start in den Tag gewesen. Guten Morgen, Beshte, Daki-Saira, Tarot-Karten sind schon gezückt. Guten Morgen, Stromi, guten Morgen, Katrinchen. Immer dieselben Verdächtigen hier morgens, finde ich schön, freue ich mich immer sehr drüber. Herzlich willkommen, ich bin noch sehr müde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer das Problem, wenn ich zu gut geschlafen habe, dann schlafe ich, wenn der Wecker klingelt, noch sehr fest. Und dann komme ich nicht raus. Wenn ich schlechter schlafe und ständig aufwache, bin ich auch ein bisschen vorm Wecker, wacht es dann nicht so schlimm mit dem Aufstehen. Aber wie man es macht, ist falsch. Gut, liebe Daki. Er stammt so schauerschaft, er ist so. Also wenn ich jetzt den Stream starten würde und ihr kämmt nicht, dann würde ich ihn wieder ausmachen. Ja, mir gleich zur Arbeit auch. Mensch, ja, du hast ja gesagt, du musst heute früh. Ich ziehe dir jetzt direkt deine Karte für heute. Und neun. So, oh Daki, du hast den Gehengten. Na komm. Hatten wir auch schon mal. Ich fange bald an, im Tagebuch darüber zu führen, wer welche Karte kriegt. Der Gehengte. Meine Fingernägel sehen so schmutzig aus, ich hatte die gerade versucht abzulackieren und das war aber vorher schwarz, deswegen geht das nicht so gut. Ich halte es euch mal so hin. Ja, der Gehengte. Dornröschen, deutsches Märchen. Der Gehengte hält die Vorwärtsbewegung an, um ein Unglück zu vermeiden und stattdessen zu reflektieren. Dornröschen ist ein Symbol des Stillstands. Angesichts der Wahl zwischen Schlaf und Tod entscheidet es sich, bessere Gegebenheiten abzuwarten. Steht für Aufschub, Beschränkung, Opfer, Neuernpassung und Verbesserung. Also nichts überstürzen, liebe Daki, lieber eine Runde abhängen. Und jetzt gehen wir dann nochmal ins Bett? Nein? Schade. Das wäre schön. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem alle gut geschlafen, auch wenn es früh ist und müde. Wie viele Karten sind das? Naja, es ist die kleine Arcana. Und die große Arcana. Die große Arcana besteht ja aus Stäben, Schwertern und Kelchen und Münzen. Ich habe die Zahl gerade nicht bereit. Müsste ich eigentlich wissen. 78. 22 große Arcana. Und dann noch die vier kleinen. Und selbstverständlich kriegt Katrinchen auch ihrs. Und ich will jedes Mal fast das Buch mitmischen. Das ist natürlich nicht praktisch. Ich könnte euch natürlich auch nur aus der großen Arcana immer Karten ziehen. Aber da bleibt ja sehr viel Weisheit verborgen dann. Und neun. Da ist heute die fünfte Schwerter. Hier sind wir ägyptisch unterwegs. Ich mische immer, also mit Stopp macht immer Schini. Ich mische immer neun Karten, weil alle guten Dinge sind drei. Alles was man tut, kommt dreifach zu einem zurück. Und dadurch mische ich dreimal drei und dann ist das eine gute, einfach eine gute Zahl, sag ich mal so. Na jetzt komm, fünfte Schwerter. Ne, die hatten wir noch nicht, die ist neu. Die fünfte Schwerter symbolisiert einen Kampf, der durch Verrat gewonnen wird. Sett stürzt seinen Bruder Osiris. Man sieht ihn hämisch über Isis, die untröstliche Frau seines Bruders, grinsen. Während Sett den tyrannischen Sieger darstellt, ist Isis die Unterlegene, die schließlich Sett zu Fall bringen wird. Es steht für Kapitulation, Verrat, Mobbing, Gewalt, Verbrechen. Katrinchen, ich möchte weder, dass Ihnen dies wieder fährt, noch möchte ich, dass Sie dies ausüben. Bitte halten Sie sich von ägyptischen Gottheiten in Ihrem Alltag fern. Und wenn, dann stürzen Sie diese. Manch einer hat es ja vielleicht auch verdient. Who knows? Ich will ja eigentlich weiter hier rüber rutschen, aber ich habe jetzt den Gymnastikball ganz aufgepumpt unter meinem Schreibtisch. Und der hindert mich gerade daran. Also Katrinchen, was sagt uns das über den heutigen Tag? Ich habe jetzt hier hinten übrigens auch mein Hedwig-Bild aufgehängt. Mein Acryl-Hedwig-Bild. Beziehungsweise Schini hat es aufgehängt. Ja bitte, also wenn dann, dann sei du bitte die Rächerin. Ich bitte darum, auf keinen Fall gerecht zu werden. So. Jetzt rutsche ich wieder hier rüber. Ich habe keinen Sound. Okay. Okay. So, leider Gottes müssen wir in meinem absolut nicht Lieblingslevel weitermachen. In das Opera House. Ich weiß ja auch, dass ich mit Daki immer exakt das Falsche betone, aber das ist für mich, ist das so eingespeichert. Ich kann das nicht mehr ändern. So, mein Problem ist, dass wir glaube ich hier, wo ich letztes Mal schon so ein paar Medipacks gelassen habe, leider tatsächlich weiter müssen. An der schaukelnden Kiste. Das ist natürlich blöd. Bis hierhin kann ich ab, dann rutschen wir. Ja, doch, das können, oh ja, das geht. Ist das jetzt ein Speicherstand, wo ich das schon zweimal versucht habe? Ja, ne? Das wäre natürlich doof. Okay, das ist ab jetzt mein Lieblingslevel. Das Opernhaus macht mir so viel Fun. Mit euch gemeinsam werde ich meinen Hass vor dem Opernhaus besiegen. Aber ich brauche euch schon für 40 Faden. Ich hoffe, ihr habt genug Power, mir beides schmackhaft zu machen. Später wird dann cool, sobald wir in Tibet sind und so bin ich selig. Ah ja, guckt mal. Ganz ohne Energie zu verlieren, Mensch. Arashi Charakters X, da kommt der Name. Wisst ihr, was mir heute passiert ist? Daran habe ich auch gemerkt, wie krass müde ich noch war. Kennt ihr das? Manchmal hat man so Gedanken, ich habe es ja auch schon mal gesagt, zum Beispiel, warum gibt es kein Videospiel von Supernatural? So Gedanken hat man ja manchmal. Und ich, heute Morgen, hatte den... Wo kommt die jetzt schon wieder her? Hatte den, absolut nachvollziehbaren Gedanken. Warum gibt es eigentlich kein Videospiel zu Resident Evil? Könnt ihr mir das mal beantworten. Oh Mann. Da wusste ich, ah, vielleicht sollte ich noch mal ins Bett gehen. Der trifft mich, aber Lara guckt ihn noch nicht mal an, ne? Will ich nur mal kurz, ähm, bemerken. Ja. Nein, ich will noch nicht reinfallen. Äh. Lara. So, vielen Dank. Was hat der gejobbt? Mehrere Sachen. Da muss ich noch mal da hoch, aber wie? Hier komme ich jetzt ja nicht mehr hoch. Da habe ich gute Neuigkeiten. Ah, wirklich. Ah, das ist so dumm. Ich nehme ja im Moment mit Beagle, äh, wieder... Ich spiele das Spiel jetzt einfach wirklich zum dritten Mal und ich hätte nie gedacht, dass ich das tue. Aber ich nehme ja mit ihr gerade Resident Evil 6 nochmal auf. Und das ist echt so eine Hassliebe zu dem Spiel. Ich kenne kein Spiel, wo ich gleichzeitig vor der Aufnahmesession immer denke, cool. Und währenddessen denke ich, ah ja, das war ja hier alles blöd. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Und das startet nächste Woche auf Beagles YouTube-Kanal. Und ich sage euch mal so, coole Leute schalten ein. Coole Leute schalten sowieso bei Beagle ein. Dann aber erst recht. Also ich erinnere mich auf jeden Fall auch nicht an so einen geilen Kronleuchter, wie ich ihn da vorne sehe. Oh ja. Ja, es könnte halt sein, dass ich diesen Level dann auch nicht mehr so schlimm finde, wenn sie ihn im neuen einfach hübsch gemacht hat. Ach ja, guckt mal. Das ist doch kein Unterschied, oder? Das sieht ja schon jetzt irgendwie cool aus und mystisch. Das hier war halt einfach scheiße. Aber wir haben auch schon ziemlich viel aufgenommen. Nächste Woche haben wir, glaube ich, unsere finale Aufnahmesession für Chris und Pierce. Leon und Helena haben wir tatsächlich schon fertig aufgenommen. Guck mal, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass hier jetzt was rumgerollt ist. Sind das Türen? Kannst du die öffnen? Ah, das wäre cool, wenn sie jetzt so Aragorn-mäßig hier durchgehen würde. Aber nö. Ich hatte einfach, äh, Beginnerslack, indem ich hier hochgeklettert bin. Und ich sag mal so, meine Lieblingssession ist damit jetzt fast vorbei. Macht mich sehr traurig. Okay, das hier war nur dafür da, damit uns diese, äh, Kugel nach unten rollen konnte. Kannst du da dran weiter hochklettern? Ah, wow. Na, wenigstens, äh, machen die Automatikpistolen noch ordentlich Schaden. Auch die Decke. Guckt mal. Wow, ja, das ist eine ganz andere Hausnummer. Also da muss ich schon sagen, Props an das Remake. Die machen schon vieles richtig, finde ich. Ist bei den Dober-Männern ein bisschen schwierig, weil eigentlich, reicht natürlich die Pistole aus. Aber die machen halt auch ordentlich Schaden, wenn sie dich erwischen. Will ich da schon hin? Man weiß es nicht. Ja, doch. Okay. Ach, Quatsch. Dein Bautzi ist fertig gedruckt. Ja, direkt Fotos in den Discord, würde ich sagen. Ja, arme Doggos, das stimmt. Aber die Doggos wollen halt auch Lara Speck, weißt du. Das kann ich ihnen nicht geben. Ja, mir auch. Also ich bin ja, also ihr kennt mich ja. Ja, ich bin ja eh komplett da für Fechter von, ich will im Videospielen gar nicht Tieren wehtun. Ich meine, hier sind es wenigstens Gegner, die mich auch noch töten. Wenn ich es nicht tue. Oh, ah. Ich erinnere mich gerade an die Sandsäcke. Spontan, indem ich den da oben sehe. Vielleicht ja, du bist neben mir, ne? Okay. Können die einen nicht erschlagen? Irgend so was war doch. Ah. Wie ich jetzt die Waffe gewechselt habe, ne? Die Mafia hat halt immer geile Waffen und könnten mir wenigstens was droppen. But they don't. Aber es ist sehr dunkel in diesem Opernhaus. Ich meine, ich weiß, hier geht ja irgendwie der Strom nicht und alles ist eingebrochen und so. Ist es vielleicht eigentlich eingebrochen? Werden wir einfach fröhlich rumgesprengt haben? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Aber... Moment, da speichere ich lieber. Oh. Ja, direkt Moppy-Flauschen. Gebt die Liebe euren Haustieren einfach wieder zurück. Für alles, was ich hier... Schießt einer? Nö. Ja, da muss ich euch leider schießen. Der klettert da einfach rum. Kommen sie zurück. Oh nein. Oh, der da oben hat aber eine Waffe. Wo ist er hin? Ah, der läuft noch da oben rum. Oh, das ist blöd. Aber interessanterweise hat weder Lara ihn gesehen, noch eher mich. Also... Ach, jetzt schon, ja? Aber Lara sieht ihn halt nicht. Warum? Ah, nein, da hinten ist noch einer. Scheiße. Ja, jetzt schießen beide auf mich. Das war das letzte Kleine. Ja. Könntet ihr den nicht rausholen, als ich selbst da oben unterwegs war? Was soll das? Ich glaube übrigens, dass so Wasser in einem Opernhaus auch nicht so gut ist. Aber scheint ein guter Teppich zu sein. Noch hälter. Oh, wow, der Typ nervt. So, offensichtlich kommen wir hier nicht so einfach von A nach B. Ich bin einfach fröhlich dagegen gesprungen. Auch, wurde es auf dem Discord. Sehr schön. Tada, mein Bautzi. Oh Gott, das ist süß. Ja, das ist sehr cool geworden. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Guck mal, da läuft er doch schon. Bitte, Lara, du kannst, du musst den doch sehen können. Ich schließe einfach. Es wäre halt schön, wenn man manuell selber zielen könnte, aber ich muss halt auf Lara warten. Sie macht es nicht. Und von woanders sehe ich ihn ja erst recht nicht. Guten Morgen, Beagle. Was war das? Was war was? Die Kugel? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann mich an keine Kugel erinnern. Na, das war schlecht. Ähm, nein. Nein, Katrinchen, nein. Das war auch schlecht. Ah, nee, es geht sogar. Ah, guckt mal. Jetzt bin ich auf einer Ebene mit ihm. Trotzdem weigert sich Lara, den offensichtlichen Gegner gegenüber anzuvisieren. Mann, 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 Mann. So, ein Hund ist noch unten und der da hinten wartet jetzt einfach. Der weiß genau, die ist ja zu blöd. Die guckt gar nicht zu mir. Oder haben einfach andere Waffen andere Reichweiten? Was das für ein Level ist, ist das Opernhaus. Es ist jetzt deutlich aufgehübscht, aber in seinen Grundfesten ist es ja eigentlich noch gleich. Aber die Decke ist sehr viel schöner geworden. Nara, es wäre schon lieb, wenn du den Gegner mal erblicken würdest. Okay, der da hinten kam wohl Deus Ex Machina mäßig aus dem Boden. Ja, chillt er da rum. Ja, mein Kopf hat hier auch einiges verdrängt. Naja, Theater halt nicht. Das ist halt das Opernhaus. Fast ein Theater, aber nur fast. Nö. Ich hätte ihn halt echt gerne vorher erledigt, ne? Gucken. Ne. Zumindest nicht direkt von hier unten. Also ich war mal in einer Oper und das fand ich sehr viel schlimmer als ein Theater. Theater sehe ich ja noch gerne, aber Oper war doof. Ehrlich gesagt. Wo ist der Typ jetzt? Danke, Lara. Okay. Den haben wir wenigstens, aber den da oben halt immer noch nicht. So, hier kamen die Steine, richtig. Nee, er hat sie nämlich leider nicht und ich hätte gerne, sie hätte die. Leider hat sie die nicht. Sie hat eine furchtbar langweilige, realistische Waffe. Was soll ich damit? Okay, hier ist sonst gar nichts. Das ist toll. Jetzt erneut ein Raum, nur mit Fallen. Ich werde einfach knallhart von allen meinen Sachen entleert. Furchtbar. Na, guck mal da, der coole Balkon. Den gab es auch schon, okay. Na gut. Von wo? Wahrscheinlich von da rechts. Ja, okay. Oh Gott. Ich dachte nicht, dass wenn ich ins Opernhaus gehe, ich hier so Indiana Jones-mäßigen Kram machen muss. Nein. Er schießt auf uns. Ist hier was? Nö. Also wir gehen jetzt da hoch und dann hauen wir eben auf die Fresse, habe ich beschlossen. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit das dauert, bis wir uns hier hochgeklettert haben, aber mal sehen. Ich habe bereits Werbung gemacht für Resi 6 am 26. startet das bei dir, hast du gesagt, gell? Ja eben, Lara ist einfach ein Blindfisch. Das kriegt mich auf. Wartest du bitte, bis ich auch hier oben bin, damit wir ein faires Duell uns liefern können? So. Keine Manieren, diese Mafiosis. Was hat er? Ja, na gut. Bin halb versöhnt. Hätte wie bei einem Medipack. Aber ich will ja immer das haben, was nicht geht. Oh, Ratis. Ah, was? Ja genau, schieß auf die Ratte. Schieß auf keinen Fall auf den Typ mit der großen Knarre. Danke, Lara. Das ist sehr hilfreich. Shit. Lara. Was ist für ein Morgen? Sie hat noch eine Ratte erledigt damit. Das mache ich fertig. Und der hat nichts für uns. Bad-Oli. Denn sein Bruder macht auch Olivenöl, gell? Er ist fieser Mafiosi geworden und sein Bruder macht köstliches Olivenöl. Naja, das daran erinnere ich mich auch noch. Hier leuchten die aber. Hier ist der Strom aus. Schade eigentlich. Ja, vor allem die kleinen süßen Ratten. Die haben hier einfach rosa Nasen und die quietschen lieb. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ah ja, der Ventilator. Ich erinnere mich so halb. Aber Spaß macht es auch nicht. Gucken wir erst mal hier. Ja, Fenster sind schon auch deutlich hübscher jetzt. Also eins Kieschen. Letzterweise kam hier jetzt keine Kugel durch. Was war denn nochmal mit der Kiste? Alles klar, liebe Darkie. Lass dich nicht ärgern. Ich drücke dir die Daumen, dass auch dieser Tag schnell vorbeigeht. Ich bin auch sehr unmotiviert heute, muss ich gestehen. Okay, wir versuchen das jetzt hier. Ja, war gar nicht so schlimm. Ventilatoren sind ein bisschen schlimmer, wenn sie im Wasser sind, würde ich mal behaupten. Aber ich sag lieber nichts. Ich rutsche jetzt gleich aus und dann bin ich tot und dann habe ich wieder das Nachsehen. Weil ich nämlich da rein muss. Okay. Na, na. Nichts passiert. Ah, sie springt immer nett. Wir kommen schon sehr nah an die Ventilatoren dran. Das gefällt mir nicht so gut. Den Tod demonstrieren. Ähm, ich lasse das mal offen, ob ich das tue. Ihr werdet es merken, wenn ich es getan habe. Na, fast. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Aber ich lade jetzt mal über. Ich habe keine Energie, die ich hier verschwenden kann. Ah ja, einfach rückwärts. Das ist natürlich super. Ah, jetzt könnte ich ihn euch kurz zeigen. Also so würde das aussehen. Wenn ich sterben wollen würde. Ne? Damit ihr das auch einmal gesehen habt. Das gehört ja zur ganzen Tomb Raider Experience dazu, ne? Ja. Okay, warum macht sie das ab jetzt rückwärts, Lara? Kannst du mir das bitte beantworten? Gibt überhaupt kein Grund, das zu tun. Okay. Aus irgendeinem Grund hat es funktioniert. Ich glaube, ich hole mir gleich mal noch kurz was Neues zu trinken. Ich habe nämlich meinen heißen Kakao. Aber ich hätte gerne noch was Kaltes. Weil ich merke, dass mein Hals immer noch irgendwie angeschlagen ist. Ja. Wovor wir das machen, habe ich mir lieber noch schnell was zu trinken. Ja, gell? Das gehört dazu, Beagle. Das ist Zuschauerservice. Das ist wichtig. Okay, ihr Süßen, ich würde sagen, fünf Minuten Pause. Ich hole mir was zu trinken und wir sehen uns gleich wieder. Holt euch auch was zu trinken. Los. Ich hole mir was. Ich hole mir ein bisschen. Ich hole mir ein bisschen. Ich hole mir was. Aber ich kann es mir kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber das ist auch immer geil also das Ding ist halt hier nochmal eine Demonstration für euch es ist halt kein Hausflur in dem jetzt mehrere Parteien sind sondern es sind zwei Außenhaustüren und für die oben führt halt eine Treppe oben noch lang und lustigerweise wenn wir mal was zu essen bestellen oder so dann kommen die nie bei uns klingeln die rennen extra da hoch und klingeln da wo ich mir denke ich würde doch immer zuerst die Tür im Erdgeschoss checken zumal wir es oft dann noch mit hinschreiben und wenn die aber ein Päckchen für oben haben dann geben sie es hier was ich weiß nicht es ist ja auch nicht so als könnte man auf den Namen der Klingel schauen oder so ich verstehe es halt an sich auch aber das beste weil ich letztens ein Päckchen bekommen habe für jemand ganz anderen paar Häuser weiter und Amazon hat halt immer eine Abstellgenehmigung weil hier klaut Gott sei Dank tatsächlich niemand was ähm und kamen wir nicht von da oben warum will ich das denn gerade so bauen dass ich wieder da hin kann naja ähm und er hat es dann in den Briefkasten gelegt und hat im Hineinlegen das Foto gemacht mit der Bestätigung und auf dem Foto ist halt der Name zu sehen und dann bekomme ich diese E-Mail guten Tag äh Frau Katze ihr Paket wurde zugestellt und ich gucke da drauf und denke mir nein offensichtlich steht genau auf dem Beweisfoto ein anderer Name als Frau Katze Moment das war dumm oder ich hätte die näher hier hinschieben müssen ach Mist naja ist ja noch nicht vorbei komm nochmal rein da muss man aber auch dazu sagen dass ich bin so magisch dass du wird in gewissen Grenzen die anderen nicht schaden und zusätzlich ich verabscheue meine Nachbarn naja dann geh halt klingeln aber wer ich würdest du mir das antun na du dürftest auch bei mir klingeln ist okay aber auch alleine die hatten ja wirklich einfach auch nur den Hintergrundgedanken dass uns das auf keinen Fall heute nerven soll dass das Päckchen kommt und mit dem Hintergedanken finde ich es halt dann noch krasser wir wollen auf gar keinen Fall Umstände machen und nerven und klingeln um 9 die hätten eh den Schock gekriegt ich mein Schini war noch normal angezogen aber ich war halt im Schlafanzug mit Bademantel drüber da hätten sie sich vielleicht gedacht oh vielleicht war das gerade gar nicht so gut dass wir jetzt klingeln gekommen sind das kenne ich auch Katzen hier war mein DHL-Mitarbeiter der hat sogar gelogen auf die Frage ob er beim Nachbarn geklingelt hat ich bin einem zur Nachbarin hin die zu Hause war und habe ihr das Paket gegeben ja das kenne ich auch Katrinchen ey ist das so doof oder aber deswegen gebe ich immer Abstell okay wirklich wie gesagt weil es hier geht also in Dortmund vorher hätte ich das auch nicht gemacht aber dann kann der Paketbote es einfach hinlegen abhauen ich bin nicht genervt er ist nicht genervt alle sind glücklich ich habe mein Päckchen Aua ich freue mich übrigens total ich habe es ja gestern schon auf Twitter und auf Thress geschrieben es kommt ein Mumien Spiel mein lieber Freund der Schweizer den ihr vielleicht aus meinen Kirby Let's Plays noch kennt hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe es mir direkt für die Switch vorbestellt also wir spielen da leider kein süßes fettes Mumien was mich sehr stört ehrlich gesagt wir spielen Snufkin ist an sich auch okay aber ich verstehe die Entscheidung absolut nicht natürlich würde ich lieber ein kleines Mumien spielen aber ich freue mich sehr drauf weil ich habe mir den Trailer angeguckt und ich glaube das wird tatsächlich sehr cozy und das da freue ich mich da freue ich mich das mit euch dann zu streamen machen wir auf jeden Fall dann nach Tomb Raider ich weiß gar nicht wo ich jetzt was aufgemacht habe wahrscheinlich hier wobei wir auch noch äh Wasser wobei wir auch noch Spyro haben also ja mal schauen aber ich freue mich sehr das dann hier machen zu können habe ich Spuck okay hier ist noch alles zu das hier ist halt auch so ein Level wo ich finde dass du ganz schnell übersehen kannst was du machen musst wo du hin musst guck mal hier gar nicht dass die Ratte erschießen sonst komme ich hier aber auch nicht weit hat jemand von euch Mumins früher geguckt? ja das schaffst du schon um die Ecke zu laufen ja das stimmt bei euch muss er das auf jeden Fall abgeben da gibt es keine Ausreden ja aber wenn Telefon morgens klingelt das ist auch echt Horror also das kann ich auch nicht leiden ich versuche auch zu vermeiden wenn irgendwas ist ganz früh wo anzurufen das stimmt da kommen eigentlich immer nur sehr schlechte Nachrichten kennst du nicht? dann gefällt es einem wahrscheinlich auch nicht für mich ist das halt jetzt wieder so ein Kindheitstraum ein Muminspiel die sind halt skandinavisch ich habe immer das Gefühl es hat so ein bisschen was ähm wäre Ghibli skandinavisch wäre es glaube ich Mumins so ein bisschen aber es gab da schon auch immer so Monster will ich mal sagen vorsichtig die schon auch gruselig waren da bin ich mal sehr gespannt wie das im Spiel ist ich bin ehrlich so als ich habe gerade keine Ahnung was ich mache ich weiß nicht was wir getan haben ich würde eigentlich gerne da hinten rüber oder die Therapeutin meines Vaters ist mal wieder krank auch eine valide Theorie bei uns passiert ja alle zwei bis vier Wochen was war der Kontext ach Telefon morgens ja okay ja 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 ach wenn ich halt so überlege immer so ähm Tage wenn als damals mein Onkel gestorben ist oder auch bei ähm bei meiner Oma nee das war gar nicht das war nachmittags aber ich finde das sind halt so die typischen Anrufe die dann frühmorgens kommen ich habe nur einmal frühmorgens bei meinen Eltern angerufen da hatte ich einen richtig richtig schlimmen Albtraum der meine Eltern betroffen hat und ich musste morgens anrufen und mich vergewissern dass alles okay ist kennt ihr das wenn der so schlimm und so real ist ich habe auch gleich am Telefon gesagt es ist nichts passiert aber ich habe so schlecht geträumt ich musste einfach jetzt kurz einmal mit euch reden sowas hasse ich auch das ist ganz schlimm vor lauter erzählen verhaspele ich mich hier auch gerade total kann das sein ich glaube ich ziehe gleich mal das Lösungsbuch zu Rate weil ich Angst habe dass ich jetzt ähm am Ende gar nicht mehr weiß wo ich hin soll oh ja das ist auch sowas ne aber wenn du es musstest wird es ja auch einen guten Grund gehabt haben leider ok die Reihenfolge im Lösungsbuch hat überhaupt nichts mit meiner zu tun ähm die Bühne ist hoch genug dass ich mich da hochziehen kann ich dachte die wäre zu äh zu hoch dann gucke ich mal also die machen auf der anderen Bühne direkt weiter also auf der Bühne ich gehe mal gucken ich dachte ich müsste da über Umwege hin aber dann sage ich voll gerne das ist doch viel zu hoch wie soll ich ah da ist ne Kiste ah ja kann auf der Kiste stehen Dummheit ja ja bei Beagle ist das ein absolut valider Grund anzurufen ich wollte gerade noch gucken wo der aah scheiße oh toll Uzi Munition ist ja nicht so als bräuchte ich Heilung wo kommen die her wo kommen die her seitdem ich mehr oder weniger vollgerecht Luzid träume habe ich das mit ich ähm als Kind konnte ich sehr gut Luzid träumen und auch bei ähm Albträumen hat das echt gut geklappt aber ah aber ich kann das nicht mehr so gut also was ich kann manchmal ist dann wirklich aufzuwachen damit der Traum wenigstens nicht weiter geht aber ich ähm also als Kind konnte ich das wirklich in Perfektion das ist ein Weilchen her irgendwann habe ich das auch noch mal geschafft tatsächlich da habe ich so gemerkt dass der Traum eigentlich noch nicht so schlimm war aber so am Abdriften war und da konnte ich es auch noch mal umlenken aber ich kann das nicht mehr so gut wie früher Aha Halt auf Reifen anrufen Ja das kenne ich aber auch so nächtliche Tierarzt ähm Besuche wir hatten da halt das große Glück dass unsere Tierärztin die ich auch kannte weil ich da mein Schülerpraktikum auch gemacht hatte die wohnte halt direkt in der Wohnung oben drüber und ähm ich meine also ich wollte ja früher auch Tierärztin werden und ich finde wenn du Tierärztin bist dann bist du es mit Leib und Seele und wenn da nachts jemand bei dir klingelt weil sein Tier einen Notfall hat dann äh kannst du den halt auch nicht wegschicken also mir würde das so gehen wir sind hier nicht in Hellblade gell sie kann es jetzt nicht umlegen schade in Hellblade hätten wir das geschafft naja okay ja aber dann ist doch voll krass und hast du das dann extra trainiert so mit Traumtagebuch schreiben und so es gibt da ja so ein paar Techniken oder ist das einfach was was du magischerweise konntest natürlich hat dieser Schalter genau das getan hat er arbeiten müssen naja okay ja ich hatte auch überlegt das mal wieder anzufangen tatsächlich ähm ich habe aber auch ein Buch darüber ähm generell über Träume und Co es heißt The Oracle of Night und ich habe es aber leider noch nicht gelesen es ist ein ziemlich dicker Wälzer und wollte mich damit aber eigentlich auch mal wieder mehr beschäftigen aber ich weiß nicht ich bin gerade an Buch äh 7 dieses Jahr ich sollte mich nicht beschweren dass ich irgendwie nicht dazu komme es zu lesen es ist auf jeden Fall demnächst mal dran ich finde halt wisst ihr was mein Problem einfach mit diesen Leveln ist und Tomb Raider 2 hat sehr viele so Level es wirkt oft so trostlos ich finde man fühlt sich manchmal so verloren es ist halt nichts hübsches klar ist das irgendwie eine coole Level Architektur für damals aber es ist so es wirkt so kalt und so leer und so kahl und äh und das macht Tomb Raider 2 ganz viel ich glaube deswegen mag ich so ein paar Level ganz doll gerne wie Tibet und die schwimmenden Inseln aber andere Level dafür gar nicht Recklinghausen, unser Notfallplan wir haben ja einmal den Igel gefunden im Winter den haben wir glaube ich auch haben wir den nach Essen oder Recklinghausen ne nach Recklinghausen haben wir den glaube ich gebracht aber das war auch schlimm das war ja auch während Corona und wir saßen ungelogen zwei Stunden vor dieser Klinik und wir wollten ja nur den Igel abgeben das war ja nicht mal unser Haustier das ist halt aber da waren halt Leute die da auch echt sehr gebankt haben um ihr Tier und das sind so schlimme, so schlimme Momente so ich kenne das noch so gut von meinen Haustieren ähm aber in da wo ich früher gewohnt habe ist ein Tierarzt den ich halt sehr gut fand das ist ja theoretisch ähm wahrscheinlich noch näher für euch als Essen oder? ah schlecht das arme kleine Radfratz so das mit dem schwingenden Ding lief ja schon so gut am Anfang des Levels obwohl der am Anfang des Levels lief es tatsächlich noch gut der zweite war dann nicht mehr so meins ach ja ähm ja bei dem Igel der war auch total süß der war aber wirklich sehr sehr klein und wir waren da noch zuerst bei unserem Tierarzt der da lustigerweise es war ein Sonntag natürlich der ähm der zufälligerweise gerade war weil der auch in der Nähe gewohnt hat und hat ein Ding gefragt und er meinte aber nee Wildtiere und so wir sollen nach Recklinghausen fahren und ähm wir hätten auch danach noch mal anrufen dürfen und zerkundigen nach dem Igel weil wir haben ja gar nicht die Eingangsuntersuchung mitgekriegt oder so aber ich hab mich einfach nicht getraut ich hatte so Angst dass der Kleine das nicht ähm ah das ist geskriptet oder? kann es sein dass der Kleine das dann nicht geschafft hat das hätte mich halt völlig fertig gemacht deswegen dachte ich ich weiß lieber nichts und bilde mir ein wir haben ihn äh gerettet und falls ihr das nachvollziehen könnt aha das ist eins für die tausend Schaltkästen die wir in diesem Level schon gesehen haben gab's das früher echt auch? ach guck mal wir haben sogar noch einen Schlüssel really? tatsächlich crazy ich habe Fragen Lara festhalten? so ganz? nein okay ähm so kann ich aber halt nicht mehr abspringen nach hinten alles klar aber ich sag mal so da würden also deine Eltern haben da doch sicher auch einfach erfahren wollen was ist das das war ja auch deren Hund also da ist ja gar nicht schlimm natürlich will man dann trotzdem okay nee reicht nicht nicht nachts da anrufen aber das wäre ja auch für die wichtig ne guck mal hier geht's lang ich sehe halt leider gar nichts ich sehe halt leider gar nichts oh Gott schon wieder sowas ach na gut hab ein bisschen einfach gerade die Angst dass wir zu früh hier sind und da oben noch irgendwie eine Klappe hätten aufmachen müssen oder so ah Schalter ah doch okay ich wollte gerade sagen der führt nicht dahin wo ich wollte aber doch auf der Rückseite glaube ich ist das da wo wir gerade geklettert sind sehr schön und hey wir haben schon zwei Secrets nicht schlecht okay jetzt sind wir auf dem Balkon das ist halt schon nice dass sie das gemacht haben ich bleib dabei ich bin fasziniert auch einfach ne hier früher so seltsame Lichtquellen wo gar kein Licht war das passt jetzt alles sehr viel schöner ja ich war so angezogen von diesem Kronleuchter ich musste da einfach näher ran das erinnert ein bisschen an Tomb Raider ach da ist das Schlüsselloch guck mal da waren wir noch gar nicht da komme ich doch aber aber komme ich wenn ich jetzt da hingehe mit dem Schlüssel komme ich dann wieder dahin wo ich von hier aus hin kann fragen über fragen da ist eine Lampe über dem Dach gewesen habt ihr das gerade gesehen da ist sie wieder ganz rechts oben naja das ist jetzt der Start wo wir reinkamen oder auf jeden Fall ist hier sonst nichts da wollen wir wahrscheinlich doch eins tiefer ich meine wir haben jetzt das ja den habe ich vergessen oh man Tomb Raider 2 hat tatsächlich auch wirklich so ein paar Jumpscares ich erinnere mich nur an die Tauchlevel später mit den ganzen Aalen mit den ganzen Moränen naja Lara ist unglücklich und dann wusch ja hier kam doch so ein Relais rein guck mal da das passt doch perfekt Oh, war das sogar animiert? Ah, ist das ein Aufzug? Ja, toll. Den habe ich wohl verpasst jetzt. Oh, 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 oh. Na, den will ich jetzt noch mitnehmen, wenn wir schon zwei haben. Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir von oben runter konnten. Na, schau mal eine an. Cool. Das klingt immer, als würde sie in einen Apfel beißen oder so. Wie groß das ist, ja. Dass, äh, diese ganzen Größenverhältnisse in diesem Spiel sind wirklich einfach zu ignorieren. Komplett. So, gehe ich jetzt dahin, wo der Aufzug war? Wahrscheinlich, oder? Weil hier, was bringt mir das? Jetzt bin ich halt wieder hier, aber der Aufzug ist doch das spannendere jetzt gewesen. Das heißt, wir haben jetzt noch den Schlüssel und der kommt eine Etage tiefer. Mal gucken, ob wir da hinklettern können. Cool, wir haben alle drei Secrets. Das freut mich voll. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Ja, ich gehe wieder hoch und schaue das. Oh nein. Oh Gott, bitte klipp dich jetzt nicht irgendwo fest, Lara. Und schaue mal, wie wir anderweitig zum Schlüssel kommen. Aber ey, immerhin gab es hier das Secret. Ich überlege gerade, was eigentlich schneller ist. Da rechts. Wir müssen den ganzen Weg wieder, ne? Ich glaube, das ist nämlich zu hoch, um mich runterfallen zu lassen. Das langsam laufen sie da nicht umbringend, ja. Naja, es war schon immer der gute alte Trick. Seien es Scherben oder Dornen. Hauptsache, ich kriege den Drachen, haha. So, wie war das mit Anlauf? Ne, war gar nicht. Musste den Weg anders gehen. Habt ihr eigentlich Serien, die ihr gerade guckt? Also wir gucken ja im Moment... Oh, das war interessant. Wir gucken ja im Moment Vikings nochmal. Aber ich tue mich im Moment... Also es ist ja nicht schlimm. Es ist jetzt nicht so, als würde mir was fehlen. Aber ich tue mich im Moment mit ganz vielen Filmen und Serien sehr schwer. Mich nervt irgendwie alles immer sofort, wenn das so überzeichnet oder zu laut oder... Versteht ihr, was ich meine? Oder so dummer Humor ist. Ups. Ich bin echt im Moment immer nur am Podcast hören und lesen. Süße, schon wieder. Das ist ja auch so dann eine deiner Go-To-Serien, ne? Ja, also auf 100% geht halt schon auch. Mir ist das einfach an vielen Ecken zu stressig mit den Drachen. Und Tomb Raider 3 geht sehr gut auf 100% tatsächlich. Und da hast du ja dann damals auch noch All Hallows bekommen. Als Bonus-Level. Ich finde, da lohnt es sich halt so richtig. Ich meine, in Tomb Raider 2 bekommst du, wenn du alle Secrets hast, dann immer extra Equipment. Was mir natürlich hier eigentlich jetzt sehr zugutekommen würde, aber... Ein bisschen mehr Moon und ein bisschen mehr... Okay, habe ich was davon gewonnen? Ich war doch hier schon. Jetzt bin ich wieder hier. Warum? Ich verstehe das Spiel nicht. Aber wir haben... Nee. Warum sind wir jetzt wieder hier? Ich muss gleich wieder ins Lösungsheft gucken. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie anders jetzt hier der Ablauf war. Ich meine, ich weiß, wir waren an ein paar Ecken noch nicht, aber irgendwie bin ich da ja auch nicht vorbeigekommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viele Türen geöffnet, einfach mittlerweile. Wir kommen irgendwie immer wieder hier oben an, obwohl ich hier nicht hin will. Was ist denn mit da? Da waren wir aber auch. Ich gucke da jetzt nach. Ach Gott. Also. Ja, da waren wir. Ja, den Drachen haben wir auch, ja. Ja, den Drachen haben wir auch. Ja. Also, die ist mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Und da ging es scheinbar weiter. Hier steht, laufen Sie wieder zum Fahrstuhlschacht, rufen Sie den Aufzug nach oben und fahren Sie in den Keller. Erledigen Sie hier zunächst die beiden Gangster und heben Sie die Patronen auf. Und dann müssen wir den Fahrstuhl wieder hochschicken, damit es da weitergeht. Alles klar. Da kommen wir wenigstens von hier aus schnell hin. So, lieber Fahrstuhl. Bitte. Er kommt tatsächlich wieder hochgefahren. Krass. Oh. Oh. Ich bin aufs Fahrstuhldach gestiegen. Das hätte ich nicht tun sollen. Oh nein. Alter, das ist so blöd. Ich habe nicht so weit gedacht, dass es ein richtiger Raum ist, der uns transportiert. Ich dachte nur, ja, hier fährt jetzt halt die Plattform. Scheiße. Oh wow. Das Level geht mir so auf die Nerven, ey. Zum Glück hat es uns nicht zerquetscht. Können wir uns jetzt ja eigentlich gerade glücklich schätzen. Darf ich mitfahren? Ich bin drin. Wie fährt der Fahrstuhl jetzt los? Hier ist doch kein Schalter. Ich muss ihn betätigen und dann schnell einsteigen. Ist das richtig? Dann geht es da unten nämlich auch weiter, weil ich da nicht auf dem Dach vorm Fahrstuhl bin. Okay. Alter. Ja, du nicht? Ich fahre halt nie auf Zug. Ich nehme immer Treppe, weil ich Aufzüge gruselig finde. Ja, bei meiner Arbeit in Dortmund war auch immer sehr fehleranfällig. Und der ist auch mehrmals stecken geblieben. Ich nehme immer Treppe, egal wie hoch. Ich habe gehört, hier sind Gangster. Da ist er. Schrot. Aha. 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 Jetzt sind hier noch Sandsäcke. Ah, hier sind wir jetzt. Alles klar. Ist hier sonst nichts? Wie schade eigentlich, oder? Schon wieder einfach so ein großer leerer Raum ohne alles. Diesmal wenigstens nicht mit der Creepy Skybox. Ja, gell? Und auch hier finde ich es wieder faszinierend, wie klein der Level eigentlich ist, aber wir können trotzdem Stunden hier drin verbringen. Also wir waren hier doch. Aber hier waren wir auf jeden Fall nicht. Wir können hier wieder Stunden verbringen, die Wege zu finden, obwohl die Fläche eigentlich echt klein ist. Aha, toll. Das lohnt ja richtig. Hier waren wir doch aber unter Wasser auch schon. Was ist das jetzt? Schaltkreis. Wir reparieren einfach dieses komplette Opernhaus. Und sonst wurde hier nichts für mich abgelegt. Das ist wahrscheinlich einem Techniker aus der Hose gefallen. Während er da oben am Arbeiten war. Wie komme ich da aber dann hin? Wir waren da schon. War das hier auf der Rückseite? Okay, hält sie sich nicht fest. Und gern spenden. Naja, vielleicht Lara ist ja schon Fan von klassischer Musik. Vielleicht also auch Opernmusik. Und vielleicht will sie das hier einfach wieder in Schuss bringen. Und denkt sich, vielleicht gibt der Herr Bartoli mir dafür den Dolch. You never know. Oder komme ich da hin? Wie kommen wir da hin? So, da waren wir eben. Da ist dann nur der Aufzug. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, wo das rein muss. Wir haben das ja safe genau da gefunden, wo es oben drüber. Und wir sind da auch schon mal lang gelaufen. War das auf der Rückseite der Bühne? Frag ich. Ja, mittlerweile ja schon echt genug von diesem Kronleuchterraum. Muss ich euch leider gestehen. Ja, mit der Bühne, ne? Ich gehe mal gucken. Wir werden ja auf magische Weise so oder so wieder hier rauskommen. Also, was soll's. Also, wir konnten hier tauchen und wir konnten hier laufen. Das reimt sich sogar. Ah, da. Da ist es. Haha. Ach, nee. Ach, nee. Das ist nur so ein blöder Schalter hier. Ah, ja. Scheiße, wo kommt denn das rein? Also, ich meine, es war richtig, dass der Teil ist hier oben. Aber wo setzen wir das Ding ein? Ich hab das Gefühl, ich hab das einfach schon so oft gesehen in diesem Level, diese Flächen, wo jetzt auch das Relais reinkam. Aber jetzt fragt mich mal einer, wo das jeweils war. Ist der Vorhang nicht auf? Den da, meinst du? Dass man denn da durchkommt? Ich weiß, es ist halt gerade echt nicht mehr. Ja, ja, genau. An das Ende von dem Level erinnere ich mich auch noch, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie wir den Weg dahin uns bahnen. Ich, äh, guck mich einfach nochmal um. Oh, da war das irgendwo mit den... Nee, nicht mit den Schminktischen. Es wundert mich halt, dass sie das hier im Lösungsbuch viel später erst machen. Ich glaube, ich mag generell die Level, die so indoor sind, nicht so gerne. Hatten wir den betätigt? Ja. Was er tut, keine Ahnung. Aber da hinten waren wir, glaube ich, nicht, oder? Ah ja, genau, da sind wir dann ins Wasser gerutscht. Da sind wir ins Wasser gerutscht. Was auch im Lösungsbuch so passiert, aber ich frage mich natürlich, können wir nicht doch auch dahin. Na, ach, scheiße, man sieht das auch so schlecht. Nee, es ist wahrscheinlich schon echt so geplant, dass es genau nicht passt. Das sieht doch immer alles so gleich aus. Wahrscheinlich ist es auch alles das Gleiche. Zeit für ein Lösungsbuch. Das ist so lieb, dass du das sagst, weil das entschuldigt mich darin, dass ich es jetzt mache. Ich habe schon zweimal reingeguckt, ich wollte nicht schon wieder. Also, sie nimmt das Relais, sie macht da den Hebel. Jawohl, haben wir alles gemacht. So. Jetzt kommen die zu den Ventilatoren und dem Schminkraum. Dann macht sie das, ah, dann macht sie mit dem Schlüssel hier auf, wo wir auch aufgemacht haben. Drücken sie erneut den Wandschalter. Einen Wandschalter erneut haben wir nicht gedrückt. Viel Spaß beim Pumpen, lieber Stromi. Ich habe komplett krass Muskelkater von gestern. Aber so soll es ja auch sein. Möge dir dasselbe wieder fahren. So kann ich jetzt aber nicht irgendwas laden. Haben wir hier alle Drachen und das Ding? Das Ding haben wir. Ja, alle Drachen. Moment, Moment, Orientation. Da unten will ich hin. Woher soll ich aber raffen, dass ich diesen Schalter nochmal drücken soll? Nee. Ach, scheiße. Da war richtig. Ich käme halt, also außer jemand hat in diesem Level, wie er war, tatsächlich irgendwie den Überblick, wie das alles zusammenhängt. Also dafür ist halt mein Map-Können deutlich zu schlecht. Und weiß jetzt logisch, ah ja klar, wenn ich diesen Schalter hier nochmal drücke, dann passiert das und das. Auf die Idee käme ich einfach nie. Ach, damit machen wir jetzt dann wieder den Weg. Hä, wo ist ein Schalter? Wo ist der? Da. Oh Gott. Damit machen wir jetzt oben wieder zu, ne? So, genau. Ah, haha. Alles klar. Und jetzt haben wir irgendwas aufgemacht. Nee, aha. Aha, aha. Komm, wieder an den Level anfangen. Sehr random. Weil das damals halt so war, ja, gell? Okay. Ach, ja, genau. Ich erinnere mich, hier habe ich das gesehen. Schaltkreis. Hört sich jetzt gerade völlig unspektakulär, dieser Vorhang? Ja. Wir haben aber nicht so richtig was davon zu sehen gekriegt. Schade eigentlich. So, jetzt muss ich den wieder betätigen, oder? Oder kann ich jetzt anders? Nee, jetzt kann ich ja hier lang gehen. Ja, da ist der Vorhang weg. Die Bartolli-Flaggen gehisst. Ja, sehr gut, Beagle. Sehr, sehr gut. Und da kommen sie schon. Da steht er mit seinem breiten Kreuz. Na, komm her. Ich habe keinen Bock, erst da drin gegen dich zu kämpfen. Vor allem da kommt einer, der auch Automatikpistolen hat. Daran erinnere ich mich leider noch sehr gut. Und dann hätte ich wenigstens einen jetzt schon mal gerne erledigt. Das ist dann aber auch gleich Level Ende. Das werden wir, glaube ich... Ich will nicht zu viel versprechen, aber das würde ich eigentlich heute gerne noch machen. Oh, ich will aus diesem Opernhaus raus. Ja. Ah! Na, so geht's nett. Immer diese Löcher im Boden. Aha! Aha! Irgendwann kam hier noch jemand mit einer dicken Knarre. Mit zwei dicken Knarren. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob das hier war. Hier liegt ja bestimmt noch Zeug für uns versteckelt, ne? Zumindest würde das ein netter Level-Designer so machen. Aber ich sehe gar nichts. Das kann sein. Ich hatte immer Erinnerungen, dass der Level, wo uns die Waffen abgenommen wurden, viel später kam. Aber ja, 40 Faden ist auch irgendwie schon Level 7, habe ich gesehen. Also es ist nicht mehr so weit weg, leider Gottes. Okay, wo ist jetzt der offizielle Weg? Okay. Beides ist der offizielle Weg. Ihh, uh, wir haben in ihren Kopf geschaut. Nein. Oh, Leute. Wow, das war knapp. Scheiße. Ja. Okay, okay, okay. Aber hier waren wir doch auch schon. Aber da ist jetzt wieder ein Gegner. Das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Achso, wir haben ja auch noch was. Wir haben ja jetzt wieder einen Hebel umgelegt. Und ich weiß halt nicht, was der gemacht hat. Auch wenn der wird, hat der hier irgendwie aufgemacht. Okay. Oder ist der Vorhang da wieder zu? Dass hier lauter so Eckchen sind und da ist nichts für uns drin, das finde ich maximal frech einfach. Okay, ganz so gut erinnere ich mich offensichtlich doch nicht. Aber ich will den Level auf jeden Fall noch fertig machen. Ich speichere nochmal. Ich glaube, ich habe hier schon mal gespeichert, aber es bringt mich total durcheinander. Und der war leer. Die mochte ich eigentlich. Auch das war einfach so ein Level, den ich als so trostlos empfand. Obgleich ich gleichzeitig wirklich finde, dass das Level-Design cool war. Ging das vielleicht auf Zeit? Hatte ich mit dem Schalter hier aufgemacht und das ist jetzt einfach wieder zu. Könnte schon irgendwie sein, oder? Aber das war eigentlich nicht so ein typischer Auf-Schalt- Auf-Zeitschalter. Oh Gott. Immer diese Sprache. Wäre aber gemein, wenn das auf Zeit ist. Aber der ist noch umgelegt. Ich muss nochmal nachschauen, Leute. Es tut mir total leid, aber ich weiß das einfach nicht. Okay, da waren wir. Hier bequeren sie die Balkone und laufen sie durch die Tür in den nächsten Raum. Ich habe das nicht gesehen, was da war. Aber theoretisch haben wir es gleich. Aber es ist auch gleich 8. Wir hatten doch letztens irgendwas, was auf Zeit ging, was auch sehr weit weg war. Also das hier geht nicht auf Zeit, tatsächlich. Ich habe gerade geschaut. Aber wer... Irgendwas... Achso, in Daras Haus. Das ging auf Zeit. Das war blöd. Ah, wir müssen in die Nische über dem Bodenloch. Das war... Das war der Fehler. Ja, okay. Alles klar. Ich sehe das irgendwie echt immer nicht. Ich bin teilweise zu blind für diesen Kram. Ja, das Lösungsbuch bringt uns ja auch Nostalgie. Ich bin zu spät. Tot. Also, ich verstehe ja, dass der Sandsack irgendwie ein bisschen Schaden macht. Aber ich finde es doch immer zu viel. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Vor allem, weil da jetzt noch fette Gegner kommen. Ach ja. Reicht das als Sprung? Tatsache. Da ist er. Da war er. Oh, er hat sogar... Wow, es ist sogar ein Boss. Da... Ach, guckt ihn euch an. Mr. Muckimann mit seinen zwei fetten Knarren. Da ist er. Komm mal hier. Bleib mal wo stehen, wo ich dich sehe. Ja, ich sehe ihn leider auch nicht besser. Aber... Ihr seht, der macht gut Damage. Hat er jetzt was verloren für uns? Na, da muss ich doch da runter. Ist ja blöd. Ich will aber noch nicht da runter. Ich will mir hier oben den Weg bahnen. Ich ziehe das gar nicht ein. Ah, nein! Ach, wie doof und unnötig. Ah, ich habe nicht gespeichert. Also gut. Ja, so kann man halt auch Spielzeit strecken, indem man einfach ständig zu dumm ist, da hinzuspringen, wo man hin soll. Es wird mir ein bisschen leid, dass wir seine Hunde umlegen. Aber er ist halt zum Glück nicht John Wick, ne? Oh, da kommen jetzt noch seine Freunde. Aber er ist hier auch noch. Ich gehe jetzt mal da runter. Wenn die Gegner Loot droppen, muss ich ja auch irgendwie wieder hier hoch können, ne? Was hat er Schönes? Ist das der Granatwerfer? Ich meine, wir kriegen ihn gleich wieder abgenommen, aber das wäre ja trotzdem nett. Ja, dann lohnt sich auf jeden Fall das Loot einsammeln schon. Und das war... der Granatwerfer. Fehlt uns nur noch das am 16, aber ich glaube, das kriegen wir auch erst relativ spät. Oh. Wo? Der hatte ein Medipack. Ach, hier muss ich hin. Warum kann ich überall hier oben rumklettern, wenn ich... wenn mir das eigentlich gar nichts... Es würde halt Sinn machen, wenn du nur dadurch rauskommst. Aber irgendwie ist das ja nicht mal so. Aha. Aha. Ah ja. Wir haben den Level geschafft, Leute. Ab ins Flugzeug. Sehr, sehr cool. Ah, ist schön gemacht, oder? Guckt mal. Hier ist noch Nacht. Ah, die Sterne. Hier ist Sonnenaufgang. Das ist schön. WB zum Levelende, liebes Katrinchen. Das war das, was ich, okay. Ich bin sicher, ganz bestimmt. Aber irgendwie ist es jetzt doch nicht dasselbe, oder? Du solltest deine Zunge besser hüten, Fabio. Ist dir nur so ein Gefühl. Aber vielleicht machst du einen Fehler, dort zu suchen. Ist dein Glaube so schwach? Das Gefühl, Fabio, ist nur eine Flamme im Wind. Es kann mutig flackern, aber nicht erleuchten. Als mein Vater zerließ er sich gleich mit mir, dass mir die Erleuchtung gefunden hat. Er wurde von etwas geleitet, das größer war als nur eine Eingebung. Er besaß den Seraphim, aber er war nur ein Jünger des großen Pärs. Er fand den Tod, als er den Weg für den einen, seinen Sohn, bereitete. Verstehst du? Hab Vertrauen, Fabio. Und lass dich nicht von Gefühlen leiden. Wir suchen schon am richtigen Ort. Du hast recht. Ich glaube daran, Marco. Ich glaube daran, Marco. Von ganz alleine. Oh, das wurde nicht neu gemacht. Die Bohrinsel. Die haben sie einfach hier in diese Ecke abgelegt. Immerhin ohne Waffen. Aber ja, hier sind wir. Sehr schön. Auch gutes Timing, finde ich. Das haben wir gut hingekriegt. Morgen früh, ihr Lieben, geht es weiter. Ja, auf der Bohrinsel. Bohrturm, Entschuldigung. Ich streame morgen von neun, wahrscheinlich bis zwölf. Und danach streamt Shinny. Shinny stimmt für euch morgen mal wieder anchartet. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich freue mich. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Startet gut ins Wochenende. Aua. Muskelkater. Lasst euch nicht ärgern. Bis morgen früh. Ciao. Bis morgen früh. Musik Musik